Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Ace of Space in Dragon Island, ein Team-Deathmatch. Ja, gestern kam ja keine Folge raus, aus zeitlichen Gründen. Und ich weiß auch nicht, ich hab ja gesagt schon, äh, scheiß Ping, ähm, dass ich ein neues Spiel rausbringen werde bald. Doch wann genau das sein wird, weiß ich noch nicht. Und vielleicht sitze ich jetzt auch ein paar Tage erst mal ohne Internet da. Das ist auch noch ganz unklar. So, jetzt aber erst mal hier einer von mir, einer von denen, einer von wem. Wah! Er schreckt mich doch nicht so. Cool. So, oh, da ist noch einer. So, ist er weg. Komm her, Leben, Leben, komm runter her. Leben! Leben! Danke sehr. Gib mir Leben. Geh doch. Okay, da ist er. Alter, hat er mich doch getroffen. Der Mr. Xim. 3, 2, 1, los. So, dann treffe ich ihn aber von hier oben. So. Das ist nicht witzig. Oh. Ich wollte auch gerade drauf. Wie man vielleicht gesehen hat. Hat nur nicht so ganz geklappt. Mäh. Nicht so ganz. Hallo. Ich habe dich doch getroffen. Wo kommen die denn her? Oh, schade, schade, Mist. Verdammte Kacke. Ach. Ist wohl heute nicht. Ist heute wohl wieder nicht mein Tag. Ich frage mich eigentlich, woher die da die ganze Zeit kommen. Das ist ja schrecklich. Wo kommen die denn her? So. Da kümmern sich doch welche drum. Das ist doch gut. Last Minute. Is breaking on. Is breaking on for him. Ach du meine Güte. Aber geil. Hier sind die einmal komplett durch. Aha. Alter. Alter. Was war das? Ich habe die doch zweimal getroffen. Nehme ich mal die. So. Los geht's. Schneller. Wow. Shit, Digga. Shit. Ich baue das mal hier ab, ey. Dann kommen die auch nicht mehr hier durch. Ähm. Ähm. Ja. Ich baue das mal ab. Wie gesagt. Ey. Nice. Sehr nice. Und das war's auch schon. Nicht mit dieser Aufnahme, sondern es geht sofort weiter. Nur in einem neuen Spiel. Classical. Klassisch. Nee. Nee. Auf nach London. Hä? Nee, doch. Die Karte ist richtig. Sie sah gerade so komisch aus von oben. Einmal als Sniper. Hä? Bin ich denn hier gelandet? Ach, der ganze Turm ist schon weg. Oh. Ich habe schon gefragt, hey. Sieht doch hier irgendwie anders aus. So sieht das doch sonst nie aus. Nee. So. Wo haben wir die kleinen blauen Racker? Und ein paar Minen hin. So. Und so. Und so. Und jetzt. Da. Nee. Da. Auch nicht. Ich höre doch irgendwas. Da. So. Den hatte ich. Bang. Super geil. Mega. Okay. Ja. Ich sagte ja schon. Wir. Also. Ich bekomme. Bald schnelles Internet. Also. Ich hoffe es. Na los. Alter. Wieso treffe ich den denn nicht? Na. Gibt es denn sowas? Ähm. Und. Ja. Ich weiß jetzt nicht. Ich bin ja auch immer über WLAN drin. Um ehrlich zu sein. Und ich weiß nicht wann wir jetzt unseren WLAN Router bekommen. Hm. Unseren neuen. Verdammte Kacke. Ey. Heute. Ist wirklich nicht mein Tag. Also. Wie gesagt. Vielleicht sitze ich jetzt. Auch erstmal auf dem Trockenen. Und kann für eine gewisse Zeit nichts mehr machen. Oh. Hat er mich doch bekommen. Shit. 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 Digger. Alter. Der eine schießt da immer nur Blöcke rüber. Der da. Nice. Hier sind schon die wildfraune Blöcke. Alter. Wie krass das hier aussieht. Einfach nur heftig. Oh. Da kommen welche. Da kommen welche. Obwohl Laserstrahl dran ist. Ich glaube schon. Ich habe den ja auch gerade gesehen. Ach. Den wollte ich. Penner. Hm. Meiner. Hat mir nicht so ganz geklappt. Komm. Jetzt. Hä? Hä? Ähm. Hä? Von wo? Das ist hier die Frage. Du läckst ein bisschen, Junge. Was ich von mir natürlich nicht behaupten kann. Ne. Mein Finger ist wirklich gerade ziemlich schlecht. Aber es gab schon mal schlechtere Tage. Zum Beispiel hatte ich einmal. Das habe ich jetzt aber nicht aufgenommen. Ein Ping von sage und schreibe minus 31.000. Minus. Das ist krass. Ich habe mich nur gefragt. Alter. Wie kann das sein? Wie geht das? Minus. Aber. Naja. Es stand halt so da. Okay. So. Bisse weg. So. Bisse weg. Da ist doch noch jemand. Ey. Für von. Hä? Ne. Nein. Nicht kicken. Ist ja doch mal nett. Ja. Oder was hat mich denn schon wieder abgeschossen? Ach. Der Kleine da. Juuu. 21. Yo. Verstehe ich jetzt super. Also. Ich weiß voll. Alter. Was macht der da? Versucht er so irgendeinen zu treffen? Ey. Vielleicht funktioniert das sogar gar nicht mal so schlecht. Hm. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Und jetzt. Boah. Was für Gangster. Arbeiten sie zusammen. Nicht schlecht. Muss man sagen. Es hat Stil. Achtung. Von der anderen Seite. Da kommt er. Alter. Ich treffe gerade überhaupt nicht. Was ist das denn? Achtung. 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 Lebt er immer noch? Yo. Shit. Wo gibt's denn sowas? Alter. Sniper. Alles überall hier. Werden gerade ziemlich zurückgedrängt. Leben. Komm. Komm. Leben. Leben. vor mir. Jetzt mach ich euch aber fertig hier. Dumm. Penner. So. So. Shit, Digga. Das geht so nicht. Das lass ich nicht so auf mir sitzen. Aaaaah. Ähm. Naja. Hätt ja klappen können. Es war ein Versuch wert. Und schreibt es doch auch mal in die Kommentare, was ihr wohl denkt, welches mein nächstes Spiel sein wird. Also, ich kann euch versprechen, es wird nicht ganz so einfach. Ähm. Hallo. Es wird nicht ganz so einfach werden. Denn, ich glaub nicht, dass das Spiel so bekannt ist. Ich selber kannte es. Vor Tag. Bevor ich den Auftrag bekommen hab, es mal, also mein Review davon zu machen, hatte ich keine Ahnung von diesem Spiel. Ich hab's nie gespielt, hab's nirgendwo gesehen. Und, ja. Irgendwann ist immer das erste Mal. Hallo. Ey, grüß dich, Junge. Ey. Junge. Bleib mal stehen. Geht doch. Arr. Ich glaub, da kann man doch hochgehen. Ähm. Ja. Fängt das etwa schon wieder an wie vorgestern. Doch, ich kann springen. Geht doch. So. Mal hoch. Da. Hatte ich doch einen blauen im Visier. Ah. Ah. Nein, nein, nein. Weg, weg, weg. Geht bloß weg von mir. Tschüss. Äh. Wiss. Wo. Wen. Von Wim oder was wurde ich grad getroffen. Okay. Boah, shit. Mann. Komm. We spawned schneller. We spawned schneller. Ich geh wieder hier hoch. Find ich nen super Weg. So. Komm. Zieh, 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 zieh. Marathonlauf hier. Stimmt. Da gibt's sogar eine Auszeichnung. Marathonläufer. Hab ich schon beide. Einen halben und einen ganzen. Ja, ich bin schon 42 Kilometer in diesem Spiel gelaufen. Was auch nicht relativ schwer ist. Ciao. Hm. Das war ja einfach. Naja. Manchmal treffe ich, manchmal nicht. So ist dat. Aber meistens treffe ich ja eher nicht. Was jetzt nicht gegen meine Spielleistung gerichtet sein soll. Nein, nein. Also, ich kann das super. Also, das Spiel. Ich bin der Beste. Oh, shit. Ich bin der Beste. Buff. Tot. Ja, schmeiß erst mal Granate darunter. Das bringt ja mega. Das bringt so viel, als wenn ich eine Bratkartoffel darunter werfen würde. Nimm ich nichts. Waaah. Alter, wo kommt die denn jetzt her? Alter, aber den einen hab ich da grad super bekommen. Einfach umgedreht. Duft tot. Ich glaube, ja. Oh, hallo. Waaah. Alter. Alter. Das ging ja gar nicht. Ernsthaft. Ja, ey. Das war ja mega fies. Also, jetzt, okay, vielleicht nicht fies, aber mega scheiße. Ja, okay. Sagen wir mal scheiße. Darf man auch mal sagen. Denn. Das war ja scheiße. Ey, so. Hier hoch wieder. Diese blauen Pennei. Also, jetzt nix gegen die Farbe Blau. Ist auch ganz schön, aber. Jetzt gerade. Kann ich blau nicht ausstehen? Komm herrrr. So. Komm her, du. Backkartoffel. Ich bewerf dich gleich mit meiner Kartoffel und dann. Ich hab nur keine eigene. Dann sollst du mal sehen, was du davon hast. Einfach mal draufballern. Hilft bestimmt voll viel. Und Granaten. Yay. Hm. Wow. Ähm. Da war ich jetzt nicht schnell genug. Anscheinend. Da war doch gerade wieder ein blauer Laser dahinter. Da läuft aussehen rum. Das hab ich gesehen. Das hab ich gesehen. Shit. Komme ich hier vorbei? Stimmt. Bestimmt. Wenn man sich anstrengt, bekommt man überall lang. Ey, ey, ey. Oh, nein. Ey, ich baue mir hier gerade einen Weg. Was für ein... Penner. Ja. 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 Manu. So. Jetzt weiß ich gar nicht, wo der ist. Jetzt. Friss Rakete! So. Der hat aber auch schon auf mich gewartet, der Alte. Äh. So. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Boah. Boah. Das war knapp. Ja. Wir sind einmal rum. Um. Sofort zu sterben. Weil ich hab kein Leben mehr. Äh. Ich glaub. Ich hab hier kleinen Denkfehler gemacht. Shit. Heute geht wirklich gar nichts. Ein zu wisch. Knackter Tag. Einfach. Ich mag die Blauen nicht. Ich mag die Blauen nicht. Nein, nein. Die Blauen mag ich nicht. Agent 007. Bestimmt ein Engländer. Kennt auch bestimmt mit. Äh. M persönlich. Der Agent. Typ. Alter. Das gibt's doch nicht. Das kann's nicht geben. Das ist inakzeptabel. So. Hier hoch. Wow. Da oben. Ich hab den nicht getroffen. Alter. Mit der Schrott macht der hier grad voll alle fertig. Ist ja krass. Ist heftig. Sniper überall. Ja. Ach. Wieso nicht. Wieso nicht. Ja. Boys. So. Alter. Ich werd schon wieder. Target. Vielleicht doch den. Alter. Das gibt's doch gar nicht. Du alter Sneeper. Du. Du alter Sneeper. Ich spawn doch gleich sicher wieder da. Und dann hab ich schon wieder eine Kugel in den Koppe. In den Kop. Ähm. Yo. Ich versuch jetzt hier mal meinen Geheimgang zu benutzen. Mein Geheimgang vor allem. Weil's ein Weg ist. Und jetzt hab ich schon wieder letzte Minute. Ach. Ist ja herrlich. Wow. Hat er mich doch gesehen. So. Komm. In der letzten Minute will ich noch was gebacken bekommen. Was sowieso nie. Nicht. Nicht klappt. Aber. Naja. Penner. Penner. Was? Was? Stand vorher voll weit weg? Ach. Junt ist auch wieder da. Ist er noch da? Schieß einfach mal rein. Yo. Da war was. Eine Bewegung. Und. Nein. Alter. Unten links im Bild sieht das grad geil aus. Wieder Kraftstein da hochfliegt. Na okay. Das war's wieder von mir. Mit Ace of Spades. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Auch in einem neuen Spiel. Oben eine Rakete ist im Bild. Aber wann? Und welches rauskommt. Das bleibt geheim. Auch für mich. Nein. Natürlich nicht. Also. Wir sehen uns dann wieder. Und ich sage schau. Mit SCH. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.